Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute, selbstverständlich, sprechen wir über das große Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars. In alter Tradition natürlich erstmal nur im Talk ohne Videomaterial und denn am Freitag um 8 Uhr liefere ich selbstverständlich auch das Videomaterial. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert über das Sommerhaus der Stars, dass wir eigentlich immer direkt am Folgetag den Schock hier gemeinsam in unserer kleinen Selbsthilfegruppe verarbeitet haben. Nun ist es tatsächlich so gewesen, dass das Wiedersehen für mich persönlich alle Regeln gebrochen hat. Ja, es war wirklich mit Abstand aus meiner persönlichen Sicht das schlimmste Wiedersehen. Es war wirklich heftig, das besprechen wir und ich sortiere das alles so ein bisschen für euch ein und versuche natürlich auch euch meine Meinung mitzuteilen, meine Lieben. All das heute hier in diesem Video. Und wenn ihr nichts mehr von den Trash-Highlights verpassen wollt oder aber auf die große Zusammenfassung vom Wiedersehen, dann führt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Wir gehen aktuell steil auf die 40.000 Abonnenten zu. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen großen Meilenstein mit deiner Hilfe vielleicht erreichen. Teilt gern diese Videos im Social Media und eine Sache noch in eigener Sache. Am Samstag um 18 Uhr unser großer Livestream. Der wird auch nicht nur eine Stunde gehen. Schreibt euch das schon mal gerne in euren Kalender. Ich freue mich richtig drauf und jetzt sage ich viel Spaß. Meine Lieben, wo fängt man da an? Ja, wo fängt man da an? Ich saß gestern auf dem Sofa und ich habe mir das große Sommer aus der Stars wieder sind über RTL Plus angeschaut, weil ich einfach keinen Bock auf Werbung hatte. Und ich würde ganz gern mit positiven Dingen beginnen, ja, weil es gibt nicht vieles, was ich Positives zu sagen habe. Und deswegen möchte ich ganz gern mit positiven Dingen anfangen. Erst einmal, ich habe ja hier in meinen Ankündigungsvideos zum Sommer aus der Stars Frauke Ludowig immer kritisiert für 2023. Ich muss euch ehrlich sagen, ich fand Frauke Ludowig im Wiedersehen ziemlich gut im Verhältnis gesetzt zu 2023. Ich weiß, viele gehen auf die Barrikade und sagen, nein, wie kannst du das denn sagen? Die haben auch alle durcheinander gesprochen. Alles richtig. Aber, wenn man sich mal das Wiedersehen von 2023 anschaut, fand ich, dass Frauke hier in 2024 definitiv auch ab und zu mal die Mitstreiter ermahnt hat. Hier natürlich ganz speziell Raffi und man hat richtig gemerkt, dass Frauke hier richtig Zunder gegeben hat. Das wurde zum Teil natürlich auch rausgeschnitten. Aber das fand ich wirklich gut. Das hat sie aus meiner Sicht besser gemacht. Ich denke mal, dass sie hier auch so ein bisschen das Feedback der Zuschauer vom letzten Jahr sich vielleicht zu Herzen genommen hat. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich habe gemerkt, dass es dort eine positive Veränderung gab. Und das Zweite, was ich wirklich gut fand, auch da habe ich mich letztes Jahr drüber geärgert, dass wenn wir jetzt zum Beispiel 90 Minuten Wiedersehen haben, hatten wir extrem viele Minuten Rückblick und das Eigentliche miteinander sprechen wir relativ kurz. Wir hatten auch beim Wiedersehen Rückblicke eingeblendet, aber ich hatte den Eindruck und mich hat das nicht gestört, dass die deutlich kürzer waren. Also ich hatte diesmal nicht den Eindruck, dass man das alles so endlos in die Länge gezogen hat, sondern man hat Rückblicke eingeblendet, die zu der Situation gepasst hat, die man nicht möglichst zu lang gemacht hat, auf welche dann die Teilnehmer reagiert haben. Vielleicht wirkte es auf mich aber entspannter, weil ich es ohne Werbung gesehen habe. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man das im linearen TV geschaut hat, dann hat man die Rückblicke, Werbung und dann sagen die Leute was dazu, Rückblicke, Werbung. Dann kann es vielleicht auch wieder störend sein. Für mich als RTL Plus Zuschauer hat das von der Verteilung sehr gut gepasst. Das sind die zwei positiven Dinge, die ich hier zu sagen habe. Und wer nur das Positive hören wollte, der ist jetzt durch. Dann ist vorbei. Sprechen wir über die negativen Dinge. Ich habe mir chronologisch, deswegen schaue ich immer nach oben links, da ist mein Moderationsbildschirm, so nennen wir ihn einfach mal. Da habe ich mir sehr viele, sehr viele Punkte aufgeschrieben, weil ich habe versucht natürlich für euch alles irgendwie einzufangen, was mir aufgefallen ist. Und es begann erst einmal mit dem Ende, nämlich mit dem Sieg von Raffi und Sam. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Ich hätte mir vorstellen können, dass das Ende zum Schluss besprochen wird. Aber eigentlich sind wir chronologisch von hinten hochgegangen und das war auch gut. Und zwar ging es um den Sieg von Raffi und Sam. Und man hat schon gemerkt, als die es nochmal gezeigt haben, dass Raffi da schon ein bisschen emotionaler war, als der Situation angemessen. So habe ich mir das aufgeschrieben. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Und Gloria wurde auch gefragt, ob sie ihnen mittlerweile den Sieg auch gönnt. Und sie sagt halt auch, sie ist zwar noch sauer, aber dass sie gewonnen haben, ist okay. Man hat halt gemerkt, dass sie weiter mit Dennis und Lorig hier echt ein Problem hat. Und sogar auch Emma, und das fand ich gut, hat Raffi und Sam noch einmal vor versammelter Mannschaft gratuliert, verdient gewonnen. Und das war eigentlich eine gute Aussage. Und ich habe in dem Moment nicht verstanden, warum die Situation dann eskalierte. Also Emma hat beglückwünscht und dann holte Raffi ein Taschentuch raus, legte es auf den Tisch und sagte, hier Emma für deine Tränen und hat sie da richtig ekelhaft gedisst. Und Gloria zog gleich mit und holte Eier raus und legte die auf den Tisch für Umut. Und nach dem Motto, hier, ich habe die zwei Eier mitgebracht, du hast ja deine durch Emma verloren. Also schon völlig aus dem Zusammenhang gerissen die Angriffe von Raffi und Gloria. Obwohl ja Emma und Umut ihnen ja gratuliert hat. Also das hat gar nicht in die Situation gepasst. Aber ich denke mal, da ist sehr viel im Schnitt zum Opfer gefallen. Raffi ist extrem hochgegangen in dieser ganzen Sendung und ich habe das auch im Social Media kommentiert. Raffi war furchtbar. Ich fand dieses ganze Verhalten meiner persönlichen Meinung nach extrem asozial. Das muss ich einfach so sagen. Raffi war für mich ein absoluter, absoluter Verlierer dieses Wiedersehns. Also ich habe noch nie einen Menschen sich so im TV-Aufführen gesehen. Unglaublich, wirklich selbst Sam war das unangebem und hat versucht ihn immer wieder runter zu halten. Zu sagen, ey jetzt komm mal runter, aber da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall war Raffi extrem hochgegangen und hat sich immer wieder mit allen Teilnehmern irgendwie angelegt. Ganz schlimm war das mit Stefan. Also richtig heftig. Und Tessa hat dann hier eine, ich denke es war eine Panikattacke bekommen. Ich kann es euch nicht so wirklich sagen. Sie hat gesehen, wie sie sich zu Jakob, mit dem sie zu dem Zeitpunkt schon getrennt war, das war ja auch nicht so ganz klar, zugedreht. Und ist dann quasi, und das Bild kennt ihr ja, aus dem Studio gerannt und hatte da diese Panikattacke. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus ihrer Instagram-Story, triggert es sie inzwischen, wenn sie einige Stimmen hören, die sich streiten von den Teilnehmern. So hat sie das erklärt. Auf jeden Fall ist Tessa dann erstmal abgehauen, Jakob ihr hinterher, kam dann aber irgendwann später wieder alleine zurück. Und hier hat Frauke zum ersten Mal Raffi eine Ansage gemacht. Und das fand ich wirklich gut, auch dass RTL es drin gelassen hat. Wir wissen ja nicht, ob Frauke auch 2023 den Teilnehmern Ansagen gemacht hat und es einfach nur rausgeschnitten wurde. Aber ich finde, dass es Frauke sehr, also Frauke Ludowig, ich finde, dass es ihr sehr gut gestanden hat, dass sie einfach wirklich Raffi sehr barsch ermahnt hat und gesagt hat, so du hast jetzt Sendepause. Ich fand das wirklich gut und das muss man auch. Man muss hier auch hart durchgreifen, weil Respekt unter den Teilnehmern gibt es nicht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass so ein gewisser Respekt, weil man Frauke halt nicht so gut kennt, bei Frauke Ludowig herrscht. So, das war der Rückblick zum Sieg, dann kam der nächste Rückblick zum KF-Wort. Ja, ihr erinnert euch alle an dieses unmögliche Wort, wovon ich mich hier ganz klar auch distanziert habe und welches auch Raffi ausgesagt hat. Und dieses ganze Thema mit Emma und ihrem Job der Verführerin. Und da hat man auch gleich gemerkt, dass es wieder extrem schnell hochgekocht ist. Emma hat nochmal ganz klar gesagt, dass man sowas nicht zu sagen hat. Und Sam hat seinen Fehler in Sam-Manier zugegeben. Ich hatte den Eindruck, er hat schon verstanden, dass es nicht korrekt war, so wie er es gesagt hat. Er hat das aber auch alles relativiert. Und da hatte Jill und Oliver sehr starke Momente, die ich im gesamten Wiedersehen auch als wirklich sympathisch wahrgenommen habe. Sam hat sich von Oliver und Jill ganz klar anhören müssen, dass das, was er gesagt hat zum Thema Prostitution, dass das überhaupt hier nicht passt und dass das eine Gage ist, die sie bekommen hat. Und ich weiß, dass auch im Social Media die Meinungen auseinander gehen. Ich selber finde diesen ganzen Job einer Verführerin in einem TV-Format, eine Partnerschaft zu zerstören, empfinde ich persönlich als moralisch verwerflich. Ich stelle das aber nicht mit dem, was Sam gesagt hat, gleich. Das sind für mich nochmal zwei unterschiedliche Themen. Aber dennoch ist das für mich persönlich absolut moralisch verwerflich, wenn man so einen Job überhaupt ausübt. Nun gut, selbstverständlich durch das KF-Wort gab es auch einen heftigen Schlagabtausch zwischen Sam, beziehungsweise zwischen Raffi und Stefan. Und interessant waren hier einige Aussagen, die Stefan getätigt hat. Denn Stefan hat Raffi als Stiefelknecht bezeichnet. Also als Sams Stiefelknecht. Weil Raffi ja immer so ein bisschen Sam ja auch nach dem Mund geredet hat. Und auch das so ein bisschen getan hat, was er gemacht hat. Und wieder hat Frauke hier ermahnt. Also im ersten Teil des Wiedersehens hat Frauke sehr viel ermahnt. Hat wieder Raffi zur Ruhe gebeten, weil Raffi halt immer so hochgefahren ist. Und wir reden heute noch über das Thema Dealbeziehung. Stefan hat hier, und das sind so diese kleinen Seitensätze, da muss man echt genau hinhören, was Stefan, Raffi und Sam vorgeworfen hat. Das Thema Dealbeziehung, da kommen wir aber noch zu. Da sind wir sehr, sehr spannend. Und Raffi hat sich entschuldigt, sich noch einmal bei Stefan, so habe ich mir das aufgeschrieben, für diese ganze KF-Wortgeschichte, hat ihm auch die Hand gegeben. Stefan hat sie aber nicht angenommen. Also vor laufenden Kameras hat Raffi sich auch nochmal entschuldigt. Das war für mich persönlich der einzige starke Moment von Raffi. Und Stefan hat hier sie wieder nicht angenommen. Er hat gesagt, einige Aussagen sind halt unentschuldbar. Es ist jedem selbst überlassen, ob man eine Entschuldigung annimmt oder nicht. Ich selber finde es schade, dass Stefan es nicht getan hat. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Ich habe ja auch auf meinem Kanal gesagt, es gibt halt einfach Dinge, die sind auch aus meiner Sicht unentschuldbar. Und dazu gehört halt auch diese ganze KF-Wortgeschichte. Ja, auf jeden Fall hat Stefan das sich angenommen. Und Sam, und das hat man dann auch langsam gemerkt, wurde immer unangenehmer berührt. Er hat immer mehr gemerkt, dass Raffi hier im großen Wiedersehen eine Rolle eingenommen hat, die ihm nicht stehend, die Sam nicht steht. Und was natürlich diese ganze Geschichte, diesen Glamour des Sieges gerade richtig kaputt macht. Also ich hatte den Eindruck, da saß kein gekröntes Siegerpärchen, sondern da saß ein Paar, was durch Zufall und durch ganz viel Glück gewonnen hat. Und jetzt bestätigt sich eigentlich durch das Verhalten von Raffi, dass die beiden nicht wirklich hätten gewinnen müssen oder sollen, so wie Raffi sich hier asozial verhält. Ich muss es so beim Namen nennen, ja. Auf jeden Fall gab es dann diesen Schlagabtausch zwischen Stefan und Raffi und es wurde noch einmal erwähnt. Und das ist das, das ist, also da wurde ich ja hier kritisiert auf dem Kanal, als ich gesagt habe, das Thema Anzeige. Und da habe ich auch gesagt, das wird nicht funktionieren, lieber Stefan, habe ich auf dem Kanal hier gesagt. Weil einfach zu viel Zeit ins Land gestrichen ist zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung, weil man da ja abgewartet hat. Ich habe gesagt, bei dieser Anzeige hat man drei Monate Zeit, diese zur Anzeige zu bringen. Und da gab es dann jetzt hier so Kommentarschreiber, ja und ich hätte ja keine Ahnung und man könnte das viel länger anzeigen. Und ich habe gesagt, nein. Ich habe die Quelle eingeblendet und gesagt, nein, es geht nicht. Drei Monate. Das war ja ein Thema. So, und auf jeden Fall, das war dann lustig, hat dann Stefan bestätigt, nein, er konnte ihn nicht mehr anzeigen, zumindest nicht ganz normal über, also Polizeiwege ihn anzeigen, was er zivilrechtlich macht, das weiß ich nicht, aber über die Polizei konnte er ihn nicht anzeigen, weil, ach, ha, ha, zu viel Zeit ins Land gestrichen ist, liebe Grüße gehen raus, und entsprechend ging das nicht mehr, aber er will das Thema nicht ungesühnt lassen. So, gucken wir mal, wie das da weitergeht. Inzwischen kam auch Tessa wieder zurück und mit einem Lächeln, es ging ihm wieder besser und Umut und das war ganz interessant, weil dann die Kamera zu Umut rüberschwenkte und dann gab es da wieder Beef zwischen Umut und Raffi und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe Umut und Emma dieses reflektierende Verhalten nicht abgekauft und ich sage euch auch warum. Es ist das eine, sich zu reflektieren und anders aufzutreten, als das andere, zu sagen, ich habe mich reflektiert und gespielt, anders aufzutreten. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich das jetzt mal mit zum Beispiel John und Alestia vergleiche, zu denen ich ja auch noch komme, hat Umut und Emma immer erzählt, sie hätten sich reflektiert und nur weil sie jetzt ruhiger und netter sprechen und sagen, wir haben uns reflektiert, haben sie sich nicht reflektiert. Sie sagen, sie haben es nur so getan. Und für mich war der Eindruck, die haben sich überhaupt gar nicht reflektiert, sondern sie sagen gerade einfach nur das, was jetzt hier mit am besten passt, also sind in dem Fall nicht authentisch. So war mein Eindruck, so habe ich es mir auch aufgeschrieben und Umut hat nochmal sich bei Raffi entschuldigt für das Angreifen bei der Nominierungsszene und Raffi hat das irgendwie auch angenommen. Aber Raffi hat halt alles kaputt gemacht mit seiner impulsiven Art beim Wiedersehen. Ja, und Emma sagte noch einmal, wir sind hier das meistgehasste Paar gewesen und gleich schon zu Beginn und das hat das halt alles so zur Eskalation geführt und das hat dann Raoul zuerst bestätigt. Dann ist er aber auch zurückgerudert, weil er Vanessas Seitenblick gesehen hat und ja, also Vanessa war, wie ich fand, im Wiedersehen relativ ruhig, während Raoul schon ab und zu mal hochgekocht ist, aber er hat sich ruckzuck den Mund verbieten lassen. Also ruckzuck, wenn Emma oder Umut ihm Gegenwind gegeben hat, war der eigentlich aus meiner Sicht wieder ruhig. Ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt, das Messergate wurde besprochen und das war auch ganz spannend, dass hier Raoul ganz klar gesagt hat, da war nichts, ja, das war von Emma einfach nur inszeniert und das haben auch andere Teilnehmer bestätigt, dass hier Sam wirklich nur seine Mandarine oder was das war gepellt, geschält hat und dass er das Messer dann weggelegt hat und das da Emma einfach nur übertrieben hat. Emma besteht da drauf, dass man ihr ihre Angst und ihre Emotionen nicht wegnimmt, das kann ich persönlich verstehen, aber man muss trotzdem in diesem selben Zusammenhang sagen, dass hier eigentlich, so wie ich das beurteile, von Sam kein Motiv war und da habe ich Sam ja auch von vornherein in Schutz genommen und in der Situation war das natürlich vielleicht für Emma bedrohlich, ja, aber da ja Sam die Situation sofort entkräftet hat, indem er das Messer ja auch abgelegt hat, weiß ich jetzt nicht, ob man hier nicht bewusst ein bisschen Drama gemacht hat. Und Stefan beschwerte sich noch einmal über den Umgang und dann ging ein weiterer Streit los mit diesem ganzen veganen Thema mit Tessa und Jakob und ich habe ja irgendwann dieses vegane Thema auch gar nicht mehr thematisiert in meinen Videos, weil ich einfach diese Art, wie Tessa das vorangebracht hat, einfach nicht gut finde. Das ist dieselbe Meinung, die auch jetzt zum Beispiel Stefan hat, die vertrete ich auch. Ich finde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist wichtig und definitiv auch erforderlich, aber es kann nicht sein, dass die Menschen hier irgendwie, ja, fast schon gezwungen werden. So, das funktioniert halt einfach so nicht. Und das ist halt das, was Stefan Tessa vorgeworfen hat, quasi dieses ganze militante Verhalten. Ja, das hat Stefan Tessa vorgeworfen und Tessa hat hier eine mega Show abgezogen auf einmal und sich mit Stefan angelegt und auch Alessia hat nochmal bestätigt, dass Tessa extrem mit ihrem veganen Thema genervt hat und dann kam eine Information, die war auch ganz neu und da hat man mal gesehen, worüber sich die Gruppe wirklich geärgert hat. Tessa soll wohl, so nach den Angaben der Teilnehmer, Brot, veganes Brot in ihrem Zimmer versteckt haben, damit die anderen es nicht essen können. Und genauso wie es mit dem Frischkäse-Streit gab, gab es wohl auch mit diesem Brotstreit und da hat Raoul auch ganz klar gesagt, es ist ja nicht so, dass wir nur einmal eine Essenslieferung in der Woche gekriegt haben, sondern wir haben jeden Tag eine Essenslieferung bekommen. Und dass dann mal für ein paar Stunden der Frischkäse nicht verfügbar ist, das kann man doch durchstehen. Und da hat Raoul nochmal ganz klar Tessa gesagt, was soll das? Und ja, dann ging es halt los, dass Alessia, und das muss ich wirklich sagen, das war absolut daneben. Da hat Alessia so ein bisschen diesen Nervenzusammenbruch von Tessa imitiert und hat sich darüber, wie ich finde, lustig gemacht. Sie hat sich damit für mich stellvertretend auch für generelle Panikattacken darüber lustig gemacht. Das fand ich gar nicht gut. Das hat leider, leider Alessia für mich sehr viele Punkte an dem Abend gekostet und Alessia und Can haben sehr viele Punkte gewonnen, da komme ich aber noch zu. Hat sie sich dann darüber lustig gemacht und hat diesen Nervenzusammenbruch davor gespielt und dann ist Tessa auf einmal aufgestanden und hat sich vor Alessia aufgebäumt und stand da vor ihr. Ich weiß nicht so richtig, was Tessa wollte. Bedrohlich war die Situation für mich nicht, aber es geht natürlich nicht, dass man sich vor jemanden aufbäumt. Das ist ja das, was auch immer wieder kritisiert wurde. Und Alessia ist sitzen geblieben, ist nicht aufgestanden, hat aber weiter diesen Tessa-Panikanfall gemimt und das weiterhin nachgespielt und das ins Lächerliche gezogen. Das war wirklich absolut als Zuschauer unangenehm mit anzuschauen. Und letztendlich hat Frauke Ludovic die Situation gemanagt, indem sie Tessa zurück auf ihren Platz geschickt hat. Aber leider war nicht zu sehen, dass Frauke Alessia amat hat, das nicht so zu tun, dass das nicht gut ist. Vielleicht gab es diese Situation, wir haben sie nur nicht gesehen, aber das fehlte in dem Moment. Das hätte ich mir vielleicht nochmal gewünscht, dass man hier nochmal ganz klar sagt, ey, mag ja sein, dass du mit Tessa nicht klarkommst, aber eine Panikattacke nachzuspielen, das ist überhaupt nicht korrekt. Das ist auf jeden Fall so passiert. Es ging nochmal kurz um das Jakob und Tessa-Thema, dass sie getrennt waren und das wurde auch nochmal kurz angesprochen, dazu kam aber später mehr. Und dann gab es noch einmal eine Aussage von Stefan, dass Tessa einfach eben zu radikal war. So, das gab es auch nochmal. Dann ging es einen Step weiter. Ich habe mir aufgeschrieben, das Thema Micha will gehen, dieses Liebesentzugsthema, dieses Drama und das war einfach eigentlich nur relativ kurz besprochen. Micha hat ein bisschen was gesprochen, es gab so ein bisschen Sendezeit für Micha und Micha hat dann auch gesagt, dass sie sehr frisch zusammenfahren zu dem Zeitpunkt und man hat schon gesehen, dass er sich geschämt hat für die Aufnahmen und Gloria hat auch nochmal bestätigt, dass es sehr mutig war, als Paar hineingezogen zu sein ins Sommerhaus und dann gab es halt so generell, wie sich die Paare verhalten haben und hier hat Emma nochmal bestätigt, dass sie sich schämt für den Umgang mit Umut und Emma greift hier Raoul an und das war auch nochmal ganz spannend, den Gedankengang von Emma zu verstehen, weil Raoul hat so ein bisschen sich über diese Situationen abfällig geäußert, kann man nicht sagen, aber man hat schon gemerkt, dass Raoul einige Dinge anders gesehen hat und dann war das sehr bezeichnend, dass Emma sowas gesagt hat wie, naja, ein Fremdgeher verurteilt ein Fremdgeher, weil Raoul ja auch damals, wenn er fremdgegangen ist und da eskalierte die Situation mit Raoul, weil Raoul Umut halt niemals, was das Thema betrifft hat, verurteilt hat und das war nochmal ein kurzer Moment, den die beiden hatten. Was spannend wurde, ist das Thema Trennungen, das war nämlich der nächste Punkt und bei dem Thema Trennungen ging es natürlich zuerst um Tessa und Jakob und Tessa hat halt erklärt, dass Jakob ihr nicht mehr das geben konnte, was sie gebraucht hat, sie sich in verschiedenen Welten bewegt haben und hat sich da so ein bisschen um Kopf und, ich habe mir aufgeschrieben, sich ein bisschen um Kopf und Verstand geredet, nee, um Kopf und Kragen hat sie sich geredet und da hat Frauke doch immer wieder nachgefragt und das fand ich gut, dass Frauke nicht locker gelassen hat bei dem Thema, weil wir ja alle schon diese Schlagzeile gelesen haben, dass sie ja eh nur Fake-Fake-Paar waren und da hat Sam auch gesagt, naja, ganz ehrlich, ihr habt vorgegeben, vier Jahre zusammen zu sein und dann ist dir das alles, was du gerade aufgezählt hast, was ja Gründe sind, die ja relativ schnell klar waren, dafür hast du dann vier Jahre gebraucht und man hat schon gemerkt, dass sie die gesamte, was heißt die gesamte Gruppe, aber dass viele von der Gruppe einfach nicht geglaubt haben, dass Sam, entschuldigt bitte, dass Tessa und Jakob ein Paar waren, das kam ja auch nochmal raus und Jakob wurde auch nochmal gefragt, ob er sich nochmal so eine Reunion mit Tessa vorstellen könnte und er hat hier gesagt, Zitat, er will nicht darüber nachdenken, ob es weitergeht aktuell, ja, er hat noch gesagt, sie ist eine wunderbare Frau und er wird immer hinter ihr stehen und ja, das war so das Thema zu Tessa und Jakob, aber es wurde halt klar, dass die beiden nicht mehr zusammen sind und das wohl auf dem, auf dem Wunsch von Tessa. So und dann wurde es nochmal sehr interessant für mich persönlich, weil ich das Thema ja auch hier von Beginn an verfolgt habe, nämlich dieses ganze Thema Fake-Beziehung zwischen Raffi und Sam und da hat Stefan etwas gesagt, das war nur ganz kurz leise zu hören, aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich persönlich mir vorstellen kann, nämlich ich habe mir aufgeschrieben, dass Stefan zu Sam und Raffi gesagt hat, er wüsste, man kann jetzt vermuten woher, man weiß ja, dass Sam und Theresa ja sehr gut befreundet waren, dass die beiden tatsächlich auch kein richtiges Paar sind, sondern eine Deal-Beziehung, also quasi man ist für Formate zusammengekommen, um von dem partnerschaftlichen Geschehen zu profitieren, eine Deal-Beziehung, ja. Fand ich sehr spannend, weil das eine Theorie war, die immer wieder rumgeisterte und dass Stefan das jetzt nochmal so ausgesprochen hat, das fand ich schon interessant, weil das würde einiges erklären, zwar, dass man gemeinsam vor der Kamera steht, aber sich trotzdem sehr zurückhält, kaum miteinander herzige Interaktionen erlebt hat, das war schon sehr interessant, was Stefan dort gesagt hat und schade, schade, dass Frauke da nicht weiter nachgefragt hat, aber klar, das ist das Siegerpaar und da würde sich ja RTL ins eigene Bein schießen, wenn RTL das nachfragen würde, dass sie nur eine Deal-Beziehung wären, leider. Sarah und Tobias, ebenfalls kurzes Thema beim Thema Trennungen, Trennungsgrund, Sarah hat den ersten Stritt gemacht und sich von Tobias getrennt, sie wollte nicht kämpfen und tatsächlich, und das fand ich ein bisschen schade, war ein Auslöser, natürlich, dass sie in zwei verschiedenen Ländern leben, aber das war auch vorher so, sondern das Thema Spiele, also es ist wirklich so gewesen, dass Sarah Kern sich darüber geärgert hat, dass der Tobias ihr zu wenig bei den Spielen zugetraut hat und sie hat halt gesagt, dass auch die Spiele mit einem Grund waren, weil sie ist eine Geschäftsfrau und managt ihr Leben, Mutter von Kindern und da kann es nicht sein, dass man ihr so einfache Sachen wie den Spielen sie beformt und so in diese Richtung ging das Gespräch und das war, ja das war schon ganz interessant zu sehen, dass sie da so knallhart das als Grund genannt hat und für Tobias war das auch alles relativ entspannt. Dann habe ich mir noch den Punkt aufgeschrieben, es war der vorletzte Punkt, Krisen in Beziehungen und da kam dann etwas von Alessia und Can, das hat mir wirklich gut gefallen, Alessia und Can haben nicht so wie Umut und Emma erzählt, wir haben uns reflektiert, um quasi eines hier so zu sagen, was man hören will, sondern ich hatte den Eindruck, dass die sich wirklich reflektiert haben, Can und Alessia haben zugegeben, dass sie auch eine räumliche Trennung partnerschaftlich hatten, nämlich drei Wochen ist Can ausgezogen zu seiner Mutter zurück und die haben sich quasi nur wegen der Tochter gesehen und da haben die aber gemerkt, was sie aneinander haben und was ich hier ganz toll fand von beiden, als sie gesagt haben, ey, wir haben uns geschämt, als wir selber gesehen haben, wie wir uns im TV beschimpft haben, wie wir miteinander reden, dass wir so respektlos miteinander reden und das geht nicht und so darf unsere Tochter auch nicht aufwachsen, wenn die Eltern so miteinander reden und das war für mich eine richtige Reflexion. Das hat mir richtig gut gefallen, dass die beiden so offen darüber sprechen konnten, dass es bei ihnen, wie sie miteinander respektlos geredet haben, dass das wirklich absolut daneben war. Das hat mir richtig gut gefallen und hat mich auch dazu veranlasst zu sagen, dass auf jeden Fall Can für mich der Gewinner des Wiedersehens ist und damit natürlich auch automatisch Alessia, ja, wobei dieser ganze Panikattacken, ja, das Mimen, das hat halt so viel kaputt gemacht, leider, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht nur reflektiert hätte, dass das Miteinander zwischen Can und Alessia sich bessern muss, sondern auch das Miteinander mit anderen Leuten, ja. Aber nun gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Auf jeden Fall fand ich diesen Punkt sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut und das hat Alessia und Can für mich sehr bestärkt im Wiedersehen. Das hat mir sehr gut gefallen und dann haben sie auch erzählt, sie sind wieder zusammengekommen und, ja, und in dem Moment hat auch Stefan wieder eine interessante Äußerung getätigt und die wurde auch nur ganz kurz eingespielt, nämlich so nach dem Motto, er wüsste von Theresia, dass Sam und Raffi sich kurzzeitig nach dem Sommerhaus getrennt hätten. Das ist die große Frage, was meinte er damit? Auch da wurde nicht weiter nachgefragt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier auf das Gerücht mit der Wohnungssuche von Raffi eingegangen ist und da war ja relativ schnell klar, das war ja auch schon vorher im Vorfeld bekannt, dass aufgrund der Schichten, die Raffi arbeitet, das mit Sam nicht harmoniert und dass er deswegen eine eigene Wohnung sucht. Ja, kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Das wurde auch nochmal kurz gespielt und Raffi hat sich daraufhin wieder extrem mit Stefan angelegt, hat dann das Kissen noch als Barriere zwischeneinander aufgestellt, damit die halt sich nicht angucken müssen, also richtig große Show. Und dann wurde nochmal ganz kurz das mit Oliver Sanne thematisiert, dass Emma ihn so an der Brust gestreichelt hat und auch da hat Umut gesagt bzw. wurde herauskristallisiert, dass Umut eingesehen hätte, dass das alles nur Quatsch war und dass er sich da auch ein bisschen drüber verhalten hat. Und er hätte wohl auch an dem Abend, wo das ausgestrahlt wurde, mit Oliver telefoniert und die hätten darüber gemeinsam gelacht und zu guter Letzt gab es den Punkt Allianzen und da hatte dann Raoul so seinen Moment gehabt, wo er nochmal gesagt hat, dass er die Allianz nicht gegründet hat, er jedoch als Vermittler fungiert hat, aber er war jetzt nicht der Allianzen Vorsprecher und da gab es halt nochmal eine Diskussion mit Umut und Raoul hat nochmal ganz klar gesagt, dass er den Kopf dann hinhalten musste, allerdings er das ungerecht fand und Stefan hat dem dann widersprochen und gesagt, dass Raoul Wahrheiten jetzt weglässt und da hat man auch nochmal gemerkt, dass auch Stefan und Raoul miteinander immer noch ein Problem haben und ja, dann gab es halt nochmal einen heftigen Streit zwischen Raffi und Stefan und Raffi hat gesagt, wir sind die wahren Stars in der Sendung und da hat Sam wieder Raffi ermahnt und ja, dann hat Raffi Stefan vorgeworfen und Sam hat Stefan vorgeworfen, dass er Theresia manipuliert in der Beziehung, die im Übrigen nicht dabei war, weil sie krank war und er sie quasi benutzt und ihre Meinung damit verändert und so, also richtig heftige, ekelhafte Vorwürfe und dann hat sich dann nochmal zum Schluss Gloria eingemischt und gesagt, ganz klar, nein, seit dem Sommer aus der Stars, seit den Dreharbeiten, hat sie mit Theresia einen sehr guten privaten Kontakt, die sind sehr stark befreundet und Theresia gehört zu ihrem inneren Kreis und Stefan bietet ihr ganz viel Schutz und ist ein wunderbarer Mann und alles das, was Sam und Raffi hier behaupten, ist nicht wahr, das kann sie bezeugen, weil sie mit Theresia sehr eng befreundet ist und das war letztendlich auch das Schlusswort und damit war dann das große Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars, neunte Staffel zu Ende und ich bin froh, ich bin froh, dass ich es erstmal auf RTL Plus geguckt habe, dass ich es nicht länger hatte durch die Werbung und ja, mein Urteil, also ich habe es ja gesagt, asozial, also es ist wirklich das asoziale Wiedersehen gewesen, die positiven Punkte habe ich hier gleich zu Beginn genannt und das werden auch nicht alle so sehen wie ich, aber ich fand das im Vergleich zu 2023 deutlich besser, das Verhalten der Teilnehmer, ich möchte jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gab wirklich heftige Aussagen und heftige Verhaltensmuster wie zum Beispiel von Raffi, wie von Sam, auch Stefan hat mir nicht gefallen, Stefan war für mich auch dieses Mal sehr Oberlehrer unterwegs, das hat man schon gemerkt, das hat mir auch nicht gefallen, Tessa für mich ganz ganz furchtbar mit anzusehen, wie sie sich gegeben hat, wie sie Sachen erklärt hat, das war alles so inhaltslos, das waren leere Hausaufgabenhefte, ganz schlimm bei Tessa, das hat mir auch gar nicht gefallen, tatsächlich fand ich Tobias, ach Quatsch, entschuldigt bitte, Jakob ganz spannend, der hat sich dann doch sehr zurückgehalten, hat Tessa zwar immer mal wieder verteidigt vor dem Jäger, hier vor Tobias, der hätte ein bisschen mehr erzählen müssen, bin ich der Meinung, Denise und Lorik, waren die überhaupt dabei, könnte man sich jetzt fragen, da war echt, leider ist sehr sehr still und es gab so zwei Momente, da hat Denise echt auch was gesagt, aber Lorik habe ich glaube ich vielleicht einmal gehört, da gab es leider kaum Informationen, das fand ich sehr schade, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, hat wahrscheinlich RTL gar nicht mit reingeschnitten und bei Jill und Oliver hatte ich auch positive Vibes gehabt, ich glaube ich hätte mich mehr auf die beiden im Sommer aus der Stars konzentrieren sollen, weil die eigentlich echt eine coole Figur abgegeben haben, auch so wie Jill argumentiert hat, die war schon echt on point, ja, das war schon ziemlich stark, Emma hat die Fluppe die ganze Zeit so gezogen, wie sie sie gezogen hat, da hat sich eigentlich gar nichts verändert und Umut hat mir mit seiner selbstgefälligen Art gar nicht gefallen, ja, also auch wenn er sagt, er hat sich reflektiert, heißt das nicht, dass er sich reflektiert hat, also im Großen und Ganzen ist es das Wiedersehen gewesen, was ich vermutet habe, ja, ich wurde nicht enttäuscht, was das Drama betrifft, wir hatten alles mit dabei gehabt, ich bin sehr gespannt auf das Sommerhaus der Normalos, was ja auch kommen wird, ich denke nicht, dass das so durchschlagend wird, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir nächstes Jahr kein Sommer Dschungelcamp haben werden, aber ein Sommerhaus der Stars, also kein Dschungelcamp All Star, so wie dieses Jahr, sondern dass wir ein Sommerhaus der Stars All Star haben, das ist so eine Vermutung, die ich habe, irgendwie ging das so ein bisschen in die Richtung, ich werde euch auf jeden Fall berichten, sobald es hier bei Dennis Thresher etwas Neues gibt, ich danke euch fürs Einschalten, ein längeres Video, aber ein ausführlicher Talk, eine ausführliche Zusammenfassung, jetzt seid ihr auch bestens informiert, wir sehen uns heute aber noch einmal wieder um 11 Uhr und um 14 Uhr, es lohnt sich also den Kanal zu abonnieren, dran zu bleiben und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Start in diesen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.